du bist so ein arsch so dirksack also also wirklich aua auch okay okay Bäm! Komm, stirb! Moment mal, das... Ist das nicht... Ich kann mir nur vorstellen, dass es die eine Kollegin ist. Alter! Lock uns nicht... Immer ab! Achso, ich muss hier ein Waffe sein. Aua! Jetzt rennt sie weg! Ja, toll! Er? Dafür war er aber ein bisschen feminin, oder nicht? Ich kann mir nur vorstellen, dass es die eine ist, vom Anfang des Spiels. Denkst du, du kannst mir so leicht... Ah, kommen! Das ist... Ja! So, kommst du her! Action! Action! Alter! Du bist feige! Oh, oh! Da-da-da-da! 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 Da-da-da-da-da-da-da-da! Ja, das war klug von mir. Geh da runter. Nee. So. So, komm her. Wo bist du? Wo bist du? Das tat weh. Das tat weh. Durch den Zaun glitschen kann ich. Ach, da lang. Ach, warum leckt das so? Oder er ruckelt. Ach, da runter. Ich fick dich. Ja. Au. Ja, ist gut. Was? Alter. Geh mir nicht so auf die Nüsse. Ja, genau. Schubst mich runter und war da hinterher. Du bist, du bist nett. Merke ich schon. So, wer bist du? Hä? 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 Euuhh. injust. Jetzt kommen Sie. Ich spank. Ich habe versucht dich zu warnen. Tut mir leid. Du musst lernen loszulassen Faith. Genauso wie bei deiner Familie. Die Runner sind erledigt. Icarus ist nur der Anfang. Und ich will leben Faith. Nicht nur überleben. Warum Pope? Sein Wahlkampf hat unerwartete Unterstützung gefunden. Aber er hat übertrieben. Hat angefangen den falschen Leuten zu drohen. Wichtigen Leuten. Er ist hinter Icarus gekommen. Musstest du ihn deshalb ausschalten? Er oder ich. Tut mir leid wegen Kate. Ich wusste nicht, dass sie deine Schwester ist. Ich habe alles Wichtige gehört, Kleine. Hör mal, Krieg sagt, Kates Urteil wurde verkündet. So schnell? Der Segen des schnellen Rechtssystems, was? Sie haben sie verurteilt, Faith. Natürlich haben sie das. Ein Konvoi bringt sie in weniger als einer Stunde ins Gefängnis. Ich habe schon damit gerechnet, ja. Aber ich konnte es trotzdem irgendwie nicht wirklich glauben. Naja. Das war... Das ist jetzt... Ne? Das war jetzt dumm. Sie will also leben. Weg von Ihnen. Ja. Ich muss schon wieder weg. Schon wieder wegrennen. Schon wieder sind die Gegner. Mann. Ich will doch auch einfach mal nur spielen. Ich will auch einfach mal leben. Nicht immer überleben. Wäre schon ganz cool. Oder so. So. Ja. Ja. Äh, nice. Ihr kriegt mich nie... Au, au, au. Elektrozaun. Au, au, au. Elektrozaun. Ich leuchte blau. Ja. Hahaha. Hahaha. Sehr schön. In Säune glitschen kann ich. So. Ja. Tauch ruhig, äh, direkt vor mir auf. Das macht dich auch nicht unbedingt gefährlicher. Yes. So. Einmal hier rein. Und in den Fahrstuhl. the end of the day The Eats the the paradise and safe fans wird Ihnen präsentiert von äh Cullaggan secure and reliable connection irgendwas. irgendwas wir müssen das gewehr woanders defonieren ich werde das im preak, versuch du sie abzuschütteln Och mann Nehm mal...Hallo? Nein da ist, du bist viel zu klein verdammt Au Schlag mich halt Stimmt! Awww